Artemis Artemis ist eine griechische Gattin. Artemis wird meistens bezeichnet als die griechische Gattin der Jagd. Artemis ist aber auch die griechische Gattin der Natur und sie steht auch für die Schönheit der Schöpfung. Artemis ist die Schwester des Apollon. Artemis ist also eine der wichtigen griechischen Gattinnen. Sie gilt auch als die Gattin des Waldes und des Mondes. Sie ist die Hüterin der Frauen und der Kinder. Artemis symbolisiert eigentlich das weibliche Prinzip an sich. Darstellungen von Artemis waren wahrscheinlich auch Grundlagen für die Darstellung von Maria. Artemis wird meistens als Gattin der Jagd bezeichnet, was auch heißen soll, das zum weiblichen Durchsetzungsvermögen gehört und auch viel Kraft. Artemis wird auch als Diana bezeichnet, also was im Römischen die Diana war, beim Griechischen die Artemis. Artemis, also auch die Gattin der Natur. Vielen Dank! 2